Bei dem schönen Abendlichen Panorama werden wir noch ein wenig geduldet führen. Grüß euch! Wir waren heute den ganzen Tag in Holz, ich und mein Chef. Vielleicht kann ich euch da ein Video seinblenden. Da sind Fragen, wann ich es darf, dann seht ihr es jetzt. Waren noch ein paar gescheite Treppen dabei. So, bitte gehts jetzt endlich. Ich meine, ich habe jetzt 20 Versuche gemacht, weil anscheinend ist der Akku leucht. Jetzt habe ich ihn ganz empfohlen. Der andere war zwar nur 50%. Schauen wir mal, wie sich das jetzt auch wieder ausschalten. Also ich hoffe euch hat das gefallen. Falls ihr mir das seht. Oder falls ihr es auch vielleicht noch dürfen. Jetzt waren ein paar Kaliber dabei. Da hat er mit 90 Geschwärts gar nicht ganz durchgelenkt. Weil er hat das meiste geschnitten, ein paar habe ich auch geschnitten. Und ich bin dann quasi mit der Säuerwende gefahren und habe mich in den Säuer gerannt. Und ja, jetzt zum Feierabend tue ich noch ein bisschen stinken, stinken. Das ist immer gut. Stinken ist immer gut. Genau. So. Aber mit einem kleinen Fassl. Es schaut zwar, bei manchen ist es extrem trocken und es fahren auch momentan alle. Aber ja, pache. Es schaut Ärger jetzt aus, als was es ist. Es schaut irgendwie nass aus. Aber es ist nicht nass. Es ist ja, wie es halt im Frühling ist. Aber ich trug vielleicht 4-5 cm ein. Das ist auf jeden Fall verkraftbar. Weil morgen möchte ich noch ein wenig fahren. Und dann am Sonntag, weil heute ist Freitag, morgen Samstag möchte ich noch ein wenig fahren. Übrigens, da waren wir heute jetzt den 3. März. Freitag der 3. Weil am Sonntag möchte er schon wieder Schnee und Regen. Und die ganze nächste Woche möchte er bei uns eigentlich Schnee und Regen. Ja. Genau so ist es. Es gibt sonst noch zu sagen, eigentlich wäre heute Elektriker noch schnell gekommen. Aber das ist nichts geworden. Da sind meine Kabel nochmal inspiziert und da sind zwei neue Kabel eingezogen. Und da muss sich die Zählerkosten umeinander scheißen. Und das ist nicht so direkt, dass so eine Macher, der sich auskennt, bevor sich jemand wehtut, oder gleich halb krepiert dann. Ja. So, da habe ich zuerst schauen gefunden. Aber es schaut jetzt eher aus, weil es ein wenig glänzt, aber es ist nicht tief. Also das ist wirklich verkraftbar. So, das bringen wir da ein. So. Dann. B2 fahren wir mit... Genau. 45 E habe ich eh schon noch zu sagen. Ich bin da draußen zum fahren. Denkst, das ist Öl ausgeschaltet. Hacker, das gebe ich mir gleich. Einen. Ein Eilrad wäre vielleicht die Idee. So. Ja. Ich glaube, dass das ist auf jeden Fall vertreten. Man sieht eigentlich nur die Stollen. Ja. Mehr ist es nicht. So. Fass rein. Einen Anschub auf. Ein bisschen, dass du wüsst. Aber nicht den ganzen Mann. Ja. Ich habe die Sperre auch alles drin, weil es schadet da nicht. Aber es ist ein bisschen kratzt da. Aber es ist echt... Im Vergleich zum alten Fassl, da haben wir ja so... Also, die alten Fassl, so die alten Reifen. Da haben wir so eingesungen mit dem Bühlefassl dazu. Und das tragt eigentlich wirklich jetzt gescheit schön über... Am Anfang hat es relativ eng Luft drin, weil es ist ein Aushalt anscheinend. Also, haben sie gesagt, die, was sie verkauft haben, weil... Wie gesagt, wir dann ja auch Reifen handeln, aber... Ja, ich hoffe, ich trage die Fögel und so auch gebraucht jetzt. Ist ja dort zugefahren, was alles lagernend hat. Lagern, lagern. Ja. Jetzt arbeite ich mich da noch ein Stück runter. Zuerst habe ich dann mit dem Spitz, was das Fassl auch gemacht. Und mal schauen. Da fahre ich noch ein bisschen in den Sonnenuntergang. Wenn man Spannendes ist, melde ich mich. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Vielleicht film ich morgen wieder, oder vielleicht hänge ich auch morgen wieder raus. Unter dem Tag. Oder so. Irgendwie. Nee. Oder Zeitraffer. Passt. Ich wünsche euch was. Ich bedanke. Ich rede schon wieder. Tschüss dabei. Passt. Das war's. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Der Hermann fährt den Schmied Svengu. Die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht. Hinterradantrieben, Allradlenkung. Das ist halbwegs eine große, aber diese vom Komfort und von der Steuerung her ist die super. Aber die anderen sind halt schon ein bisschen altmodisch. Und da, wo wir jetzt sind, ist mehr oder weniger eh mehr rein jetzt. Das heißt, Alibi auch nicht. Die ganzen Schickstummel und das... Da ist nämlich der Container da einfach rumgefahren. Ich war eigentlich da angeschraubt gewesen, dass das eigentlich stehen liegt. Da machen wir, das sind's alles Objekte, aber da machen wir halt auch sauber, weil meistens liegen die ganzen Schickstummel und Karamies und der ganze Müll und das. Und da sagen wir halt überall entlang von der Leistungsstummel und da machen wir halt auch nicht sauber. Genau. Ansonsten, da haben wir wirklich Splitt gehören in dem Sinn, wo halt beim Winter den Splitt gestrahlt wird. Das ist bei uns aber ein Kalksplitt. Das heißt... Ich meine, wir haben... Das heißt, einige Reklamationen, aber... Letztens, glaube ich, haben wir nicht eine gehabt. Aber wir haben öfters, wenn wo zweitags in der Wisni da irgendwo ein Splitt liegt, aber... In Wahrheit, das ist bei uns ein Kalksplitt. Das sieht man auch, weil unter die Kalksteine dann meistens schon so Kalkflecken entstehen. Der baut sich sowieso von selber an. Also, wenn es da ein paar Mal draufregend, der verschwindet eh. Außerdem ist es meistens eh nicht schlecht. Aber... Wenn wir das machen und da ein Splitt in die Wiese kommt, ist logisch, wäre es verständlich, dass wir ihn auch wieder wegräumen. Aber du bringst ihn halt dann, wenn da 20 Leute drüber gegangen sind, du bringst ihn halt nicht hundertprozentig wieder aus der Wiese, außer wir haben zwei spezielle Werkzeuge und Geräte. Aber es geht nicht. Schade, oder so? Hehehehe. Fällt da schon im Schädel. Ja, genau. Und... Jetzt schauen wir mal zueinander. Jetzt sind wir schon bei dem Gästeig. Wir haben gewaltt, wenn wir den Gästeig haben. Ich habe wieder vorbei ausgedrückt. Das habe ich gehört nicht sonst. Ich weiß nicht wieviel. Ewige Meter lang. Ich gehe mit mit dem Lappbläser. Die Putzern zum Beispiel wie da rein. Die ist gar nicht, wo ich gerne ran fahren kann. Ich schaue also nicht zu viel Wiesen bloß. Daher waren. Wo ist es super. Darum fahren die auch mit so kleinen, hüppel kleinen Kärmaschinen, weil wir eigentlich nur... Nur. Wir haben halt auch extrem viel so Gästeig und in die ganzen Anlagen Wegerl. Also die Wohnanlagen, sag ich mal. Da haben wir einen Haufen Wegerl. Genau. Und wie man sieht, der Spitz ist weiß. Unser Spitz ist rein weiß. Und unser rein weißer Spitz ist eben ein Kaltgespitz. Der muss sich eigentlich mit der Zeit für so eine Anbahn füren. Ein Wiesenster. Wir haben zu sein. Aber das glaub ich nicht, das war ein Gesehen, wenn wir hier und da hier Ali sagen. Wo noch ein bisschen was in der Wiese liegt. Beratet zu den Klopfer, Und die sind die Zürger. Und die sind die, weil da ist die Zürger. Und die sind die Tüge, und sie sind die Räume. die sind die Stärkuren. Wir haben... Die Tüge und das sind die Tüge. Ihr könnt euch noch mal ab. Ich weiß nicht, ich muss ihn fragen, ob ich überhaupt gehen habe, ob ich Blasenfiltern Schauen wir mal. Ich gucke, er fährt da noch mal, er sagt ja noch mal. Gut, hier warten sie mal voran. Servus miteinander. Nächsten Tag gestern gesplittert. Heute sind wir in Bagerheim. Ist zwar Sonntag, aber es hilft mir nicht. Sonst werde ich auch nicht fertig. Nein, und jetzt möchte ich dann ab nächstes Mal schauen, wie der richtig schön ist. Ich habe den Nachbarn alle gefragt, denen ist es eh wurscht. Ich möchte das heute noch machen. Dann ist wieder etwas geschenkt. Und wenn es jetzt wirklich ist, ich glaube, es wird ein Wachswetter, weil bei uns wird schon alles schön grün, dass ich dann gleich mal Rosenerden anbauen kann, weil sonst habe ich dann wieder den Unkrauthafen geglaubt. Und wenn es so ist, dann sind wir. Ich habe den mit H&M und mit H&M, und ich bin mit H&M. Ich bin mit H&M. Ich bin mit H&M. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Es ist nur schwarz geworden. Ja. 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 Was ist denn zu mir noch? Was? Da ist hier ein Brennachstuhl Da drüben, oder? Ja Fast eine Menge drüben, wo die Glashode ist Was? 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 �� Was? der Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.